Ja, guten Morgen Freunde, hier ist der LewisK1210 und ich bin hier an einem Piratenschiff. Seht ihr, da sind Rutschen und willkommen zu einem Special Unboxing hier von Titanic Beach Lava in Antalya. Und heute packe ich einen neuen Film aus, Freunde. Und zwar ist das Suicide Squad mit Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman und Viola Davis. Och komm Baby, komm Baby. Oh, wir haben einen Unboxing-Gast. Komm, willst du auch Unboxing? Guck mal. Ja, du bist eine Liebe. Okay, wir haben einen Gast, einen Zuschauer. Und heute packe ich aus Suicide Squad, die 2-DVD-Special Edition. Auf dem Korre sehen wir hier Will Smith und diverse andere, die ich noch kennenlernen werde, wenn ich den Film schaue. Ich kenne da nur Will Smith und Harley Quinn, Jokers Freundin. Und du bist eine ganz Liebe, ja. So, dann gucken wir uns mal an, um was es da geht. Timzomanen enkötü enkrahraman takkomo arasandeki srdal achiachkyor. Ja, aksion yukle elangilisprislele dolu. Ja, großartig beschreiben gibt es jetzt nicht. Och, wie geht, komm, komm her, komm her, komm her, süße. So, hier sind die ganzen Bonus-Materiale aufgezählt. Auf der zweiten DVD. Und das ist wohl der neue Joker hier. Na, ich bin ein Fan des alten Jokers, Freunde. Der Film läuft 122 Minuten, ist 16 zu 9. Hat die Sprachen Türkisch, Englisch, Ungarisch, Polnisch in 5.1, Dolby Digital. Untertitel Türkisch, Englisch, Arabisch, Bulgarisch, Kroatisch, Hebräisch, Ungarisch, Polnisch, Rumänisch und Slowenisch. Bonus-Disk ist nur Englisch mit Untertitel Türkisch, Portugiesisch und Ungarisch. So, da sehen wir nochmal die Sprachen, Freunde. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und der Film ist gerade rausgekommen vor ein paar Wochen. Also noch relativ neu. Und jetzt packen wir das mal aus. Das gute Stück hier. Ich lege das mal so auf den Boden. Während ihr den Pool angeschaut habt, habe ich es ausgepackt. Und wir schauen mal rein. Oh, cool. Cooles Design. Ja, das ist hier die Bonus-DVD. Und das ist die normale DVD. Also der Film ist da drauf. Und hier sehen wir nochmal auch ein schönes Bild, das eben vom Sticker verdeckt war. Also noch ein relativ frischer Film. Und auch Bösewichter müssen mal einen Film bekommen. Nicht nur Batman und Spider-Man, Freunde. Ein wunderbarer Film. Suicide Squad. Hier im Schatten des Piratenschiffs. Beziehungsweise die Rutschen vom Titanic Beach. Lara, Freunde. So, das tue ich mal hier hin. Ja, Leute. Ich würde hier gerne aufs Schiff gehen, aber ich glaube, das ist zugeschlossen. Ansonsten sieht das richtig geil aus. Hier, schön gemacht. So, und da sind noch andere Rutschen. Ja, sieht auch richtig cool aus. So, ich nehme mal den Film. Und wir gehen mal so ein bisschen rum. Oh, da kommt die Katze wieder. Die süße, braune Garfield. Du bist Garfield, oder? Komm, süß. Oh, hast du? Du brauchst keine Angst haben vor mir. Oh, hast du Hunger? Komm, süß. Komm, süße. Komm, ich will dich nur streicheln. Komm, süß. Oh, hast du Hunger? Ja, DVDs kannst du leider nicht essen. Ich habe leider nichts Fressen dabei. Sonst würde ich dich ja gerne füttern. Ja, du sprichst mit mir, ne? Ja, und hat dir das Unboxing gefallen? Du brauchst keine Angst haben. Ja. Du bist eine Tigerin, ne? Alles klar. So. Das war noch die Katze. Garfield. Oder Kater. Keine Ahnung. Klang eher nach dem Kater. Als eine Katze. Und hier sehen wir nochmal das Schiff. Die Sonne geht gleich unter. Hier haben wir eine Pinguindusche. Ja, Pinguin wird doch passen. Von Batman. Bösewicht. Und da hinten ist der Clown. Der Joker. Die Joker-Dusche. Freunde. Ja. Ja, solche Special-Unboxing mag ich eigentlich sehr, weil es ist mal sehr interessant, mal eine Abwechslung in andere Location zu haben. hier nochmal das schiff das piraten schiff und hier ist die joker dusche ja und hier die knöpfe also ich sagen nein ich wage es nicht freunde will jetzt nicht nass werden ja die leute die wollen sich ja gleich zum essen deshalb ist niemand da gut für mich fürs unboxing so das war das unboxing freunde ich hoffe es hat euch gefallen mal lieber so genau immer die sonne hinter die kamera ich habe das unboxing hat euch gefallen wenn ja dann abonniert kommentiert und gibt daumen habt ihr den film schon gesehen wie gefällt euch der film würde mich interessieren ich sag bis demnächst bye bye